Hallo, hier bin ich wieder. Weiter geht's mit Minecraft und da auch diese Tonspur leider verloren gegangen ist, werde ich aus dem Buch Parapsychologie von Dr. Milan Riesel etwas vorlesen zum Klappentext. In diesem Buch werden Sie von Geschehnissen lesen, für die es keine wissenschaftliche Erklärung gibt und die noch unter den strengen Maßstäben und Kontrollen einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung abgelaufen sind. Sie werden dem Versuch eines Wissenschaftlers folgen, die Ursachen jener geheimnisvollen Vorgänge aufzuklären, von denen seit Menschengedenken immer wieder berichtet wird. Hellseher können weit entfernte Ereignisse schildern, Gedankenleser können das Denken eines anderen Menschen entziffern, besonders Begabte können zukünftige Ereignisse voraussehen, Gegenstände bewegen sich ohne erklärbare Ursache oder verlieren ihre Schwerkraft und Streben. Die außergewöhnlichen Fähigkeiten indischer Fakire, unerklärliche Heilungskräfte bestimmter Personen oder als heilig bezeichnete Orte, alle diese Phänomene wurden über Jahrhunderte hinweg als Wunder betrachtet oder mit zunehmender Aufklärung schlichtweg als Schwindel abgetan. Aber neben Scharlatanen und Bühnen-Hokus-Pokus gab und gibt es Menschen, mit der Begabung auf andere Weise als durch ihre Sinne Ereignisse wahrzunehmen und unbekannte Energien zu nutzen. Diese unerklärlichen Phänomene spürt der Autor äußerst kritisch und mit wissenschaftlicher Genauigkeit nach. Lesen Sie seine Experimente und ihre Ergebnisse. Folgen Sie seinen Überlegungen und Erkenntnissen, die auf unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen in aller Welt beruhen. Sie werden hier die Beweise finden, dass es eine außersinnliche Wahrnehmung ASW gibt, die bestimmte Menschen befähigt, Unsichtbares zu sehen und zukünftiges Vorausschauen zu erkennen, dass es psychische Kräfte gibt, mit Hilfe derer seelisch-geistige und körperlich-materielle Abläufe beeinflusst werden können. Dieses Buch gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Fortschritte und den Stand der wissenschaftlichen Erforschung jener vielfältigen Wunder, den die Menschheit unserer Zeit oft fassungslos meist voreingenommen, blindgläubig oder ablehnend gegenübersteht. Es zeigt Ihnen, auf welche Weise das Phänomen der außersinnlichen Wahrnehmung wissenschaftlich festgestellt und wie deren Wirksamkeit in überprüfbaren Zahlenwerten ermittelt werden kann. Sie lernen erstaunliche Experimente kennen und lesen in wörtlicher Wiedergabe die Aussagen der Versuchspersonen. Sie finden überprüfte Beispiele von Hellsehen und Telepathie von Psycho- und Telekinese sowie der unerklärlichen Fähigkeit, Ereignisse im Traum in allen Einzelheiten zu erleben, die erst in der Zukunft eintreten werden. Ist es möglich, solchen Ereignissen auszuweichen, sie zu verhindern, ihr Eintreten unmöglich zu machen, lesen Sie dieses Buch. Es führt Sie in eine geheimnisvolle Welt, die außerhalb dessen liegt, was man sehen, hören, riechen, schmecken und ertasten kann und die dennoch ihre Existenz immer wieder beweist. Sie zu ergründen, hat sich eine Wissenschaft zur Aufgabe gemacht, die in weltweiter Zusammenarbeit bemüht ist, die noch dunklen Teile unserer Existenz zu erhellen, die Parapsychologie. Erschienen ist das Buch 1970 im Ramon F. Keller Verlag in Genf. Okay, dann lesen wir mal die Einführung. Ich werde langsam ein bisschen weitsichtig. Seit Menschengedenken tauchen immer wieder in zahlreichen Abwandlungen Berichte über besonders begabte Einzelmenschen auf, die Fähigkeiten zu recht ungewöhnlichen Kontaktaufnahmen mit der Umwelt besaßen. Sie erhielten Informationen von räumlich weit entfernten Ereignissen, die ihnen normalerweise hätten unzugänglich sein müssen. Sie konnten unerwartete künftige Ereignisse voraussagen. Sie vermochten sogar, es heißt in einigen dieser Berichte, ihre Umgebung unmittelbar durch die Kraft ihrer Gedanken zu beeinflussen. Die Schrift ist wieder so klein, jetzt muss ich die Brille wieder aufsetzen. Das ist unmöglich. Man verbreitete, oft aufgebauscht und mit dem erregenden Reiz des geheimnisvollen Gewürz Gerüchte über vielfältige außergewöhnliche Begegnungen und Phänomene, über Vorahnungen von bedeutenden Ereignissen oder ihre Ankündigungen durch Vorzeichen, über Wahrträume, über geheimnisvolle Leistungen von Stammeszaubern primitiver Völker, von denen man erzählte, sie können mithilfe magischer Vorrichtungen auch über räumlich weite Entfernungen, magische Verrichtungen, okay, nicht Vorrichtungen, Verrichtungen, auch über räumlich weite Entfernungen hin Menschen unter ihrem Einfluss, und nochmal von vorn, von denen man erzählte, sie könnten mithilfe magischer Verrichtungen auch über räumlich weite Entfernungen hin Menschen unter ihren Einfluss bringen, über Leistungen der indischen Fakire, Ich meine, jetzt haben wir das nicht alle schon gelesen hier? Das ist doch alles im Klappentext. Okay, überspringen wir den Absatz mal. Wir hören bei all dem von Phänomenen der verschiedensten Art, sie lassen sich jedoch in zwei Gruppen einteilen. 1. Gewinnung von Informationen von der Außenwelt auf eine Weise, die sich von normalen Sinneswahrnehmungen unterscheidet, diese Fähigkeit wird heute allgemein außersinnliche Wahrnehmung genannt. Man hat diese außersinnliche Wahrnehmung in verschiedenen Formen unterteilt, deren Benennungen nicht immer glücklich sind. A. Hellsehen oder Paragnosien, der Empfang von Informationen über objektiv nachweisbare Ereignisse in der Außenwelt auf außersinnlichem Wege. B. Telepathie, Übertragung oder Lesen von Gedanken, also den Empfang von Informationen über geistige Vorgänge und subjektive Erfahrungen anderer Personen auf außersinnlichem Wege. C. Präkognition, Wahrnehmung von künftigen Ereignissen, während die beiden ersten Formen eng miteinander verwandt sind und sich offensichtlich nur in der Art des Objekts unterscheiden, von dem die Information kommt, bringt die präkognitive AC neue Dimensionen in unsere Überlegung hinein. Unter gewissen Umständen scheint es möglich zu sein, die Schranke der Zeit zu überschreiten. Es hat den Anschein, dass außergewöhnlich begabte Menschen bisweilen Informationen über künftige Ereignisse gewinnen können, unter Ausschluss aller bekannten Formen der Sinneswahrnehmung wie auch des schlussfolgenden Denkens. Zweitens, Verursachung objektiv feststellbarer Wirkung in der Außenwelt ohne Beteiligung irgendeiner bekannten physikalischen Energie. Es gibt Berichte über fast unglaubliche Vorgänge, die Bewegung von Gegenständen aus der Entfernung und ohne feststellbare Beteiligung physikalischer Kräfte, Telekinese, Psychokinese, die Schwerkraft überwindenden Effekte, Levitation, die Änderung des Aggregatzustands, Materialisation, über Energiewandlung, Temperaturveränderungen, akustische oder elektromagnetische Effekte, die unentsprechende physikalische Ursache auftreten, über Einflüsse auf chemische Reaktionen oder biologische Vorgänge, die offenbar durch rein geistige Konzentrationen auf sie zustande kommen. Allein schon die Aufzählung dieser Phänomene, die zumeist von einigen Autoren alle zum Bereich der Parapsychologie gerechnet worden sind, macht es verständlich, dass auf diesem Gebiet eine gewisse Verwirrung herrscht. Viele Diskussionen und Missverständnisse sind in erster Linie durch die ungenaue Abgrenzung dessen, was unter Parapsychologie zu verstehen ist, verursacht worden. Dabei wollen wir keineswegs übersehen, dass es bei einem neuen Zweig der Wissenschaft immer schwierig ist, seinen Zuständigkeitbereich von Anfang an richtig zu umreißen. Erst in jüngster Zeit sind wir etwas besser in der Lage, den Bereich der Parapsychologie von dem anderer Wissenschaften abzugrenzen. Wir haben inzwischen einige Erkenntnisse darüber gewonnen, was ein natürliches Phänomen zu einem parapsychischen Phänomen macht, in welcher Hinsicht parapsychische Phänomene sie von sogenannten natürlichen Phänomenen unterscheiden. Bis in die jüngste Zeit hinein galt der Gegenstand der Parapsychologie recht allgemein bezeichnet worden ist als alle geheimnisvollen Phänomene, die sich nicht aus den bekannten Naturgesetzen erklären lassen. Diese Definition aber erwies sich als irreführend. Zu allen Zeiten hat es im Bereich der Wissenschaft Phänomene gegeben, die sich aus dem Wissen der betreffenden Zeit nicht erklären ließen, aber im Verlauf der weiteren Entwicklung der Wissenschaft geklärt und erklärt werden konnten. Hätte die Parapsychologie als Wissenschaft schon im Altertum existiert, dann werden nach der ungenannten Definition zum Beispiel der Blitz oder ansteckenden Krankheiten in ihren Bereich gefallen, da die Ursache dieser beiden Phänomene noch vor wenigen Jahrhunderten, ja Jahrzehnten nicht geklärt werden konnte, nun aber gehören sie eindeutig zum Bereich der Physik und dem der Biologie und Medizin. Der Gegenstand der Parapsychologie unterscheidet sich aber sehr deutlich von den Gegenständen anderer Bereiche der Wissenschaft. Die Erforschung parapsychischer Phänomene hat uns soweit geführt, dass wir die Existenz einer bestimmten Gruppe natürlicher und unter entsprechenden Gesetzen stehender Phänomene annehmen könnten, deren Zustandekommen nicht durch den Einfluss einer der uns bisher bekannten Arten von Energien erklärt werden kann, für die also eine neue, der für sie bisher unbekannte Art von Energie die Ursache sein muss. Diese Entdeckung, oder sagen wir im gegenwärtigen Stadium der Forschung, vorsichtiger diese Annahme, wird uns helfen, den Bereich der Parapsychologie näher zu definieren, erweist sie sich als falsch. Das heißt, gibt es in den natürlichen Geschehnissen und Abläufen keine Redenhaftigkeit, die über die heutigen Physik bekannten Gesetze der Interaktion von Feldern und Kräften hinausreichen, dann werden die Phänomene, die wir heute als parapsychisch ansehen, irgendwann durch die bekannten Wissenschaftszweige, zum Beispiel Physik, Psychologie, Physiologie, die nun erklärt werden. Ist unsere Annahme hier noch richtig, kann die Parapsychologie als eigenständiger Wissenschaftszweig bezeichnet werden, denn dann erforscht sie Phänomene, die von anderen Bereichen der Wissenschaft nicht erklärt werden können. In einer allgemeinen Weise können wir sagen, die Parapsychologie erforscht Berichte über alle geheimnisvollen Phänomene, die auf irgendeine Weise mit der menschlichen Psyche zusammenführen. Äh, vor allem Berichte über solche Phänomene, welche mit verschiedenen Lehren und Praktiken zusammenhängen, die wir für gewöhnlich als Okkultismus bezeichnen. Aus solchen Berichten, ähm, was? Ja, aus, aus, äh, Entschuldigung, aus solchen Berichten erhält sie Anhaltspunkte für ihre weitere Forschungstätigkeit. Das darf uns natürlich nicht dazu verführen, Parapsychologie und Okkultismus miteinander gleichzusetzen, wie wir ja auch nicht Chemie und Alchemie miteinander gleichsetzen können. Doch der entscheidende Umstand, der irgendein natürliches Phänomen in die Sphäre der Parapsychologie verweist, wir können sogar sagen, ex definitione, ist der, dass es außerhalb der uns bekannten Gesetze über das Verhalten von Energien wir können unter den Wahrnehmungsvorgängen als ASW nur solche gelten lassen, bei denen jede Möglichkeit der Einwirkung bekannter Energien vollständig ausgeschlossen ist. Das bedeutet zunächst den Ausschluss aller sinnlichen Wahrnehmungen sehen wir im Büro Geschmack, Kastien, Wahrnehmung durch Entero-Rezeptoren und unterschwellige Wahrnehmung, das heißt, wenn der Sinnreiz nicht bewusst erfahren wird, da er zu schwach oder von zu kurzer Dauer ist, doch eine unbewusste Reaktion des Organismus auslöst. Diese Einschränkung genügt aber nicht, denn sie berücksichtigt nur die Energien, deren Einflüsse die menschlichen Sinnesorgane aufnehmen können. Elektromagnetische Wellen in der Größenordnung von 400 bis 800, keine Ahnung, was das ist, Mikro, Mikro oder so, sehen, Schallwellen im Bereich von 16 bis 20.000 Schwankungen pro Sekunde, hören und Kontaktreize, Berührung, Geschmack, Geruch, Wahrnehmung durch Entero-Rezeptoren, ähm, Entero-Rezeptoren, meine Güte, warum ist das so schwierig? Entero-Rezeptoren, ähm, ja, doch sind Wahrnehmungsfähigkeiten der menschlichen Sinne bekanntlich begrenzt. So bewegen sich das menschliche Sehen und Hören innerhalb eines relativ kleinen Spielraums von Welleneng, während andere Lebewesen deutend weitergespannte Wahrnehmungsfähigkeiten besitzen. Nicht allein, was die Schärfe der Sinnswahrnehmung angeht, man denke an den Geruch Sinn des Hundes, die Sehfähigkeit von Raubvögeln, sondern auch was den Bereich der Reizsagen betrifft, um, ähm, auf sie zu reagieren, fähig, auf, auf sie zu reagieren, fähig sind. Der Hund kann bedeutend höhere Töne hören als der Mensch. Fledermäuse und Delfine orientieren sich mit Hilfe eines Ultraschallradars. Einige Nachtschmetterlinge finden ihren Weg mit Hilfe ihres Geruchssinns, auch noch bei extrem schwacher Konzentration der Duftstoffe. Bienen können Farben auch noch im ultravioletten Teil des Spektrums sehen, Schlangen nehmen witzige Temperaturunterschiede in der Größenordnung von 0,001 Grad Celsius wahr und orientieren sich mit Hilfe von kleinen Rösenkoren. Andere Lebewesen reagieren sogar auf Arten von Reizen, für die der Mensch völlig unempfindlich ist. Einige Fischarten zum Beispiel reagieren auf Änderungen im elektrischen oder magnetischen Feld in ihrer Umgebung. Bei all dem handelt es sich natürlich nicht um außersinnliche Wahrnehmung. Diese vielfältigen Wahrnehmungsfähigkeiten der Tierwelt erschweren jedoch unser Bemühen, die außersinnliche Wahrnehmung genau zu definieren. Auch Menschen verfügen mitunter über erstaunliche Verweinerung bestimmter Einzelsinne, Weinprüfer zum Beispiel über einen verfeinerten Geschmacks und Bruchzeichen. Solche und ähnliche Fähigkeiten können leichter als ASW verstanden werden, sind es natürlich aber nicht. So ist die Praktik des Kambalandism genannt, nach IS Garnas Pseudonym Stuart Kambaland natürlich nicht als Garner brachte sie in den 80er Jahren als Show auf die Bühne, die so abläuft. Der Artist besucht einen verborgenen Gegenstand, dabei hält er die Hand eines Mannes sehr intensiv an diesem Gegenstand deckt. Nach einiger Zeit findet der Artist den Gegenstand geleitet durch die unwillkürlichen motorischen Reaktionen, durch welche ihn die sich auf den Gegenstand konzentrierende Person unbewusst auf diesen hinlenkt. Bühnentelepaten dieser Art registrieren die verschiedensten und auch geringfügigsten Reaktionen des Publikums Anhalten des Atems Stöhnen Seufzen Murren oder Anzeichen der Spannung des Mitgerissenseins Es sind Reaktionen die völlig unwillkürlich auftreten und so schwach sein können dass ein ungeschulter Beobachter sie gar nicht wahrnimmt Der Kambalandism kann nur als Imitation telepathischer Leistungen bezeichnet werden Ähnlich schwierig ist die Lage bei einer zweiten Gruppe vom Phänomen die wir im Bereich der Parapsychologie zuordnen die paraphysikalischen Phänomene das heißt die Auswirkung geistiger Konzentration auf materielle Vorgänge auch hier gilt als erste Bedingung dass alle Einflüsse von Energien ausgeschlossen sein müssen die der heutigen Physik bekannt sind dabei ist es hier die Problemlage aber noch verwickelter weil die zu bestimmten Effekte sehr verschieden voneinander sind und noch vielfältiger und weniger erforscht als im Falle der außersinnlichen Wahrnehmung Effekte die bisweilen durch minimalste physikalische Kräfte hervorgerufen werden können welche sich unter den gegebenen Beobachtungsbedingungen nur schwer berücksichtigen beziehungsweise ausschließen lassen ja ja soviel zu dem Buch bitte schreibt mir in die Kommentare ob ich weiter aus diesem Buch vorlesen soll wir sind immer noch in der Einleitung es sind noch 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 das sind sogar Tabellen in der Einführung 20 Seiten 20 22 Seiten wären das noch von wir haben ungefähr wir haben ungefähr 4 gelesen wow hey Diamanten yay ich habe Diamanten gefunden großartig ja falls euch das Buch gefällt und ich weiter daraus vorlesen soll sagt Bescheid ansonsten werde ich hier versuchen jetzt zu kommentieren was ich hier mache in diesem Minecraft wir haben gerade Diamanten gefunden und versuchen dabei nicht von Lava verbrannt zu werden was relativ schwierig ist weil die Lava scheint direkt zu sein aber wenn man Wasser drauf tut dann wird Obsidian raus und so können wir dann auch die Lava die direkt über Diamanten liegt ne umgekehrt so können wir auch die Diamanten die direkt über der Lava liegen bauen wie hier zum Beispiel das ist relativ vielversprechend wir haben jetzt natürlich einige Diamanten schon gefunden das ist sehr gut ja und ja das Wasser wieder einsammeln das ist eine gute Idee gut jetzt das Loch wieder zumachen damit man nicht rein fällt und die Wand wieder dicht machen damit das alles gut aussieht ich weiß es müsste nicht sein aber wir machen es einfach mal und dann wird hier weiter durch gegraben ist schon wieder Lava immer haben wir Lava ja bei diesem Labatauch muss man auch ein bisschen darauf achten dass man nicht im Wasser stehen bleibt zu lange weil dann geht einem die Luft raus des s des 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 Das war's für heute. Noch mehr Diamanten, glücklicher Tag heute scheinbar. Noch mehr Diamanten, glücklicher Tag. 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 Elft jemanden? Oh je Lava. Oh je Tod. 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 So Tod. Und alles zerbrannt, weil's war in der Lava. Tod. 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 Sud. Musik Ja, das ist dann, haben wir ja vorgezeichnet, was wir beim nächsten Mal machen wollen, nämlich versuchen, unsere Ausrüstung wiederzubekommen. Dann müssen wir versuchen, unsere Level wiederzubekommen, weil wir 30 Level brauchen für eine gescheite Verzauberung auf einem unserer Tools quasi. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Gitarre wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr Parapsychologie wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr, ich erzähle, was ich gerade mache bei Minecraft, und ihr sowieso auf dem Bildschirm sehen könnt, wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, bis dann.